Musik Wuldan ist scheiße Ich werde ehrenhaft kämpfen Oh Kein One Drop Das ist schlecht Aber ich kann Coin into Double Three Drop Rein theoretisch Je nachdem was kommt Ja wahrscheinlich sein Entweder den Oder halt den Spotter Das sind schon mal drei Schaden ins Gesicht für mich Aber die hat er auch kassiert Jetzt noch mal Nicht so Die Ridersch Ich werde erstmal eine Barrier aufbauen, dass er seine Sachen raushaut und möglichst sich selbst schon lowpoked Alles klar, Captain Ich werde das nicht mehr machen, ich werde das nicht mehr machen Ich zieh mich ab. 1 ich ich nicht bereit so schweigen ok nein noch da nicht er vernichtet den dann hat er einen spotter hier da rein und dann da rein ok passt jetzt was mächtiges ich wusste es jetzt allen damage ab ins face jedoch nicht ich dachte schon für die gerechtigkeit so Das war's für heute. 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 Was? Ach, er hat verloren. Geil! 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 Geil!